Ich bin gleich schon tot, Leute. Ja komm, schlack mich noch ein paar, dann bin ich tot. Wow! Tötet mich. So fängt mein Let's Play an. Oh mein Gott. Okay, ich höre das Let's Play auf, Leute, das reicht mir! Ich will nicht mehr! Frank, wirst du schauen. Das ist übrigens mein Haus, in dem hier steht. Meine Güte, ne. Herzlich willkommen zu meinem neuen Solo-Let's Play, Vize-Beast. Nachdem ich jetzt mit meinem Ticket aufgehört habe, habe ich mich dazu entschieden, ein Vize-Beast zu machen. Ich habe mir direkt Hilfe für den Anfang, wo der mit schneller vorangeht. Und da fliegt schon einer im Game-Mode rum. Und zwar bin ich auch durch Vize-Beast, durch unseren Halo hier drauf gekommen. Und der sponsert auch gerade den Server? Genau, der sponsert uns auch gerade den Server hier. Dann habe ich noch den Herrn Antigott, aka Marcel. Und irgendwo läuft hier noch ein gelbes Männchen rum, der so Wu-Wan-Lovus, der auch aus meinem Let's Play. Das ist mein Name immer noch nicht. Ach, da ist es ja. Das Pokémon. Der Nico, die helfen mir jetzt ein bisschen am Anfang, damit es schneller vorangeht mit Hausbund und kurz Ressourcen sammeln und so. Den Halo werdet ihr vielleicht zwischendurch öfters mal sehen. Hoffe ich. Weil der wird immer wieder kommen und ein paar Sachen. Ich bin gleich schon tot, Leute. Ja komm, schlag mich noch ein paar, dann bin ich tot. Wow. Tötet mich. So fängt mein Let's Play an. Oh mein Gott. Okay. Ich hör noch Let's Play auf, Leute. Das reicht mir. Ich geh nicht mehr an. Frank wirst du schauen. Okay, dann lass mal loswandern in die Richtung da. Ja, ich geh einen Creeper-Spawner suchen. Nein, Halo tust du nicht, Halo. Auch tu ich. Das war in die Richtung, oder? In welche Richtung war das? In die Richtung. Dann lass mal loswandern. Er möchte noch einen Creeper-Spawner sehen? Ich. Ich bin am spawnen. Der ist so ein Schummler, ne? Der zieht sich auf jeden Fall... Nico. Ah, Nico hatte nur eine Hungerlösse leer. Richtig. Halo kann halt nicht mehr. Ich hoffe, es war grad an die Richtung einfach mal. Ich hoffe, es war grad an die Richtung einfach mal. Ähm. Du sollst nicht ohne Schwert hingehen. Fällt mir so grad auf. Ah, Quatsch. Lois? Auf wann? Äh, Halo war das überhaupt die richtige Richtung? Ja, du läufst in die richtige Richtung. Ich hab da einen Waypoint. Okay. Wir laufen jetzt nämlich zu einem Dorf. Direkt, was wir am Anfang gesehen haben. Bam. Weil die ist interessiert. Weil die ist interessiert. Ja, ich wollte unbedingt bei einem Dorf bauen, was wir auch später immer wieder umbauen werden. Kommt der Hella, kommt der Nico und wo der Antigott ist, da hab ich keine Ahnung. Bin, äh, äh, Unterwaffer. Ich. Alles gut, alles gut. Ach schon. Was ich mich immer noch frag, worum spawnt er denn in der Luft? Weil es ist krampf. Ja, das ist doch total dumm. Nein, das ist wegen dem Minecraft, äh, World Generator, der so ein bisschen teilweise rumspackt. So, Mainstream sind, Witze sind mittlerweile Mainstream, oder? Ja. Welche Mainstream-Witze? Das ist Mainstream. Das ist zum Mainstream, dass es auf dem Boden ist. Ja. Ein wunderschönes Dorf. Ich weiß nicht, ob ich einfach hier ein Haus einnehme oder selber eins baue. Sind wir hier in New York, oder warum sind die Wolkenkratzer? Warte, ich baue jetzt erstmal richtig Bäume ab, ich brauche erstmal... So, und ich loote jetzt erstmal die Kiste. Ey. Die Kiste. So, damn, damn, damn. Sag nicht, du hast schon eine Portal-Gun gefunden. Zufälligerweise. Und eine komplette Rüstung fast. Äh, ja, ich hab eben schon mal die Kiste hier rein. Ich möchte jetzt erstmal in diese Wolkenkratzer rein. Ich werd grad schon angerufen, aber ich kann da nicht drangehen. Leider. Ich hab Clay. Wir haben noch leider keinen Mond. Ooooooh. Ist das doch bei der Sonne? Nein, funktioniert nicht. Ich sammle grad Holz einen Moment mal kurz. Brot! Hast du Brot? Ja, Robert Cree. Jetzt ernsthaft? Ja. Hier waren schon viele am Anfang. Ja, das ist wunderbar, dann hab ich später nicht so... So ein komisches Bienenhaus. Oh, Bienenhaus ist gut. Haben wir auch einen Informal-Craft-Villager? Nein, leider. Aber hier gibt's einen mit Battles auf Enchanting. Ey, du weißt wie groß diese Stadt ist. Hey du, du bist grad schon gestorben. Du bist sehr schlecht. Äh. Spiel dir niemals mit der Portal-Gun rum. Einfach schlecht. Portal-Gun oder Gravity-Gun? Portal-Gun. Dann mach ich mal so. Ich baue eine Crafting-Table. Sammle für euch immer was zu essen oder kurz Holz? Also ich sammle schon mal Holz. Fang grad damit an. Ich sammle Holz. Ich sammle... Äh... Der Nico ist gezwungenermaßen hier. Äh... Ich lauf einfach nur rum. Niko sei kein böser Junge. Ich glaub das sind alles Robert-Treece hier, oder? Sag mal Holz. Ja, hier sind ganz viele. Ganz... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ey, der hat mich zuerst gefunden. Ach, der hast du zuerst gefunden? Das heißt ich bin grad da, wo ihr wart. Buddy! Ich würd das gern auf ProSieben sehen mit dem, ob er da wirklich das anhat, ne? Das ist wirklich interessant. Ja, hat er eh nicht. Hat er eh nicht. Hat er eh nicht. Glaub ich auch nicht. Und wenn es halt nur... Wenn es halt bestimmt nur so fünf Minuten... Hat er bestimmt fünf Minuten diesen Darth Vader Kostüm an. Dann kommt der nächste Beitrag und dann muss er zufälligerweise... War ihm da zu warm in diesem Outfit und musste das deswegen wieder ausziehen. Ich bin eigentlich dafür, dass er das mindestens ne Woche tragen muss oder so. Ja. Alter! Ah! Ähm... Die haben einen Mond! Die haben keine Betten hier. Nein, hello. Hello, Pfoten weg. Überlegenheit durch Intelligenz, nicht Überlegenheit durch dumme Dinge. Ähm... Kurze Frage... Ähm... Betten haben wir nicht, ne? Nein, nein. Ich mach uns mal was terrainfrei. Ja, ich mach hier grad... Die Bäume weg. Ja, guck mal nach da hin. Wo ist bei dir hin? Das ist übrigens mein Haus, in dem hier steht. Spürst du schon wieder mit der Portal Gun? Ja. Geil. Hier wo ich bin. Ich möchte das jetzt nicht direkt ins Haupthaus machen. Ach Junge. Du kannst es nicht lassen mit dem Mond, ne? Mach den Mond! Lass doch den Mond in Ruhe. Dein Haus, was du einmal alle 17 Wochen vielleicht siehst. Ich mach mir nur den Platz für mein Haus. Aber was mir grad auffällt, ich hab gar keinen Ton. Den folgen. Irgendwie haben wir gar keinen Ton vor Minecraft und das wundert mich grad irgendwie. Ich hab ein Haus. Menschen mit Prinzipien. Was ist denn eigentlich, wenn ich in dieses Schwarze noch eingehe? Ich glaub, das soll ich neben dem Creeper Spawner machen. Das ist sehr vorteilig. Nein, danke. Ich passe. Oh, ich hab Mafeln. Ja, von zu spacher bei VitaB ist ein bisschen. Mach die Felder mal eben neu. Du kriegst die Nachricht, wurde zum Mond gezogen. Warm, warm, warm. Das ist ja mal ausprobieren. Was er einmal alle 17 Wochen besucht. Ja. Mies. So, ich hab den Platz für mein Haus. Beschütze die Dorfbewohner, die man sieht. 1.8, genau. Äh, ich leb in einem... 6 Block. Also, ein Platz für mein Haus. Äh, Dings. Ähm. Okay, seit wann können die Zombies tatsächlich Türen stellen? Nein, kein Schwert, er hat keinen gar nichts bestimmt. Ähm. Seit 1.8. Ja. Damit ich mir was zu essen machen kann. Aber nur auf normal, ne? Ey, du, jetzt willst du sterben. Du willst sterben? Wieso? Ne, ich hab Brot. Was denn? Nein, 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 nein. Was denn? Nein, 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 nein. Das ist schon mal hin. Die Latoffel. Die haben die Kartoffel. Hier sind... Die automatisch hat drauf oder hast du die drauf mit da? Äh, die war drauf. Äh, ja. Da hat man sich drauf. Wo seid ihr? In welchem Haus? Da hat man sich drauf. Es gibt die mit Kartoffeln, mit Macon, ohne etwas. Keiner. Da in der Kiste war halt eine Leute. Die befinden sich, glaube ich, weiß ich nicht wie viele Leute. Was ist bei mir, definiert bei mir hinter der Kirche ist nichts Das ist ein Haus, wo Fenster fehlen Hinter der Kirche Achso Gucken jetzt alle meiner Portal dann eigentlich zu Oh Mann, Alter Da wo eine coole ist Oh Holz Halo, das ist noch zu wenig Zu wenig? Mach jetzt weiter Das war meine Gantt Das ist der schwarze Mann Das heißt die ersten Folgen sind hier ohne Ton Das sieht einfach so scheiße aus Creeper Was machst du denn da? Timmelbohr war mal anders Alter Alter bekommt mir keine Ressourcen Hey die gibt mir Die gibt mir sogar eine Nachricht wenn das nicht funktioniert Also klar Das war's nicht funktioniert Wenn ich kein Portal setzen kann Oh Krab mir das Loch für meine Wohnung Ich habe 46 Holz Kannst mir mal 4 geben Oh toll so ein Angry noch Ich hasse diese komischen Zombies Das wäre ein Zombie mit einem Gehirn und das würde mich mit Fleisch schlagen Das Zombie Ich finde das war nur, dass die Sachen jetzt aufsammeln können Ehrlich gesagt Aber sie lassen Gehirne fallen Wenn Leute, die keinen Gehirn haben, auch Gehirne haben Was ist es eigentlich, wenn die eine Portal-Gum bekommen? Der Sprung riskant So langst du nicht dein Schwert aufsammeln Oh, Lach, geh vorbei Und ich hab Lex gar nicht Lelo Kannst du nicht deinen Quantitude aufsammeln? Ich habe mein Haus nicht mehr wieder, wo ich gerade an war Ja, der Sprung riskant Ja Ja Die hauen nicht mit der Portika Geschafft Ach, ihrer Bau Ihr solltet mir ja eigentlich helfen, ein Haus zu bauen Jetzt baue ich mich Hm Lelo Ja Okay, das ist ein Argument Das ist wirklich ein Argument Ich fahre mir das Holz Du baust Und ich wohne mit bei dir Jetzt mache ich noch mehr Sticks, obwohl ich schon welche habe Kannst bei uns auch einziehen Oh, ist das ein Problem? Die Fläche ist schon mal aufgeräumt Ich glaube, ich habe gerade eine Kuh gehört Da ist ein Creeper Hallo Wo ist der Mond? Immer wieder kleine Lexer, was mich sehr nicht gehört Das stimmt Ich habe getroffen Toll, der hat eine Schaufel Ah, der hat, glaube ich, eine Eisenschaufel Ja, sieht so aus Ich habe mal deine Eisenschaufel-Rabauke Komm mal mit Soll ich ihn rein schlagen? Na klar, der droppt seine Schaufel natürlich nicht Was ist denn gleich, was machst du da? Frage, ich sterbe gleich Wer will es gleich? Wird das da noch was, oder? Ich habe noch eineinhalb Herzen Dann bauen wir jetzt das mal aus Eigentlich wollte ich ja, dass das schnell voran geht Nicht langsam Das tut mir leid für dich Oh, Mann Ja, ich warte gerade auf das Holz von Nico Aber es wird tag Oh mein Gott, was wollen sie? Ich habe nichts, ich habe keine Waffen Hier, sie kriegen mein Schwert hier Ich bin nicht mehr waffnisch Ja, automatisch Kommen Sie her, geben Sie meinen Schwert zurück Wieder, bleiben Sie stehen Die Polizei ist hinter Ihnen her Ich hatte noch eins Das wäre nicht das Problem gewesen Das ist mir doch egal Ich habe ein neues Was? Was ist das? Cool, Schwerter Wow Please Was hast du? Wo hast du die denn jetzt her? Okay Das liegt da, ne? Ich habe eine Steinachst Ich bin höher entwickelt Ich habe eine Steelachst Wolltest du sie, wenn ich jetzt in das Loch einspeine? Eine Stahlaxt Meint, ich überlebe das? In der Kiste war Stahl drin Ello? Hier hast du die Materialien Wey Ich liebe Porte Ja Gar nicht ohne Ich mache mir jetzt schon das vierte Mal, glaube ich Ich habe eine neue Workbench Kannst du mir in eine Axt geben Da, die habe ich gerade mal hingestellt Ja, gib mal drei Ich weiß In den Häusern stehen, glaube ich, auch noch eine drin Jetzt erst mal die Kohle hier einsammeln Hier steht schon eine Wir haben drei Stück hier Guck mal, da oben ist auch noch eine Da, da, die, da, die Da, die, da, die Aber ehrlich, ich glaube nicht, dass das Die haben die Mich rieb das voll auf mit diesem Duff Raider Ich möchte jetzt schliegen Ich würde das zu gerne sehen gerade Ich habe da schließlich dafür auch geliked Was man likest, will man nur sehen Doch, voll zwar Aber das für eine Folge, für zehn Minuten Dann hauen die jetzt bestimmt extra Goodbye to you Goodbye to you Goodbye Goodbye Höhle? Ja Creeper? Ja, der gerade hochkommt Autsch Da liegen Items Oh, ein, zwei FPS Was machst du da, Halo? Du siehst aus, ne? Warte, bleib mal so stehen, bleib mal so stehen Du hast ein, glaube ich, Nasenloch stecken Ja, du hast einen, der, ey, der hat linken Nasenloch-Piercing Ja, Captain Abedigan Marcel's, äh, Altenamsammel Doch, hier, die Pfeile Boatthaus bestimmt sowieso später noch vom Aussehen nochmal um von außen Oder vergrößert hat Das sehe ich jetzt schon, komm Ach, was, ich wollte das ganze Ding jetzt hier dafür nutzen, ne, mein Freund? Ich hätte da oben ne ganze Kuppel drüber gebaut Provisorisches Haus, einfach nicht Das wird nur ein 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sag jetzt nicht, du hast schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ich glaube, so lange seid ihr gar nicht hier, weil eure Atems solltet ihr nachher in die Kiste werfen, weil ich bräuchte die nachher 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 10 Die ersten drei Diamanten gönnen Die essen drei Rubine, gehören mir Nee Die Pickaxe dann aus Rubin oder was? Eine Portalgun bekommst du nicht Eine Portalgun bekommst du nicht Du willst auch ne Turtle haben? Ja, du kannst ja auch mit Rubin machen Bienen? Ja, mit Rubin Raffir Ach, mit Rubin? Smaraggen Echt? Ja Das zieht? Man sieht eindeutig ein Provisorisches aus Du kannst Ja, du kannst damit dann nur keine Obsidianen abbauen Das geht zwar kaputt, aber du bekommst den Drop nicht Ist das denn auch gewollt? Das ist auch gewollt Naah, das find ich irgendwie nicht so cool Obwohl, ich weiß nicht, was gewollt ist, aber wenn's nicht gewollt wär 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 wär's schon lange geändert worden Wie wär's nicht gewollt wär 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 bei Yeah Der Wichtigkeit� programmiert dran braum Von daher Ja, aber ich bin kleben. Cool. Oh. Aber woher geht eigentlich? Wir haben doch da eine nähe Flachland. Hey, dort ist noch eine Spitzhack, eine Axt und Fünf Benutzung, Marcel. Das da vorne sieht cool aus. Ich will jetzt da vorne nochmal gucken, was da vorne ist gerade einmal. Sieht ziemlich cool aus gerade. Pass auf, wenn ich gleich wiederkomme. Ich mache nämlich gerade das nervigste. Hat wer Kabbelstone? Wolle sammeln. Das hier sieht geil aus, wie ich ehrlich bin. Und warum ist da Kabbelstone? Hat wer Kabbelstone? Ja, das heißt ja nicht, der scharfe Spawn. Ja, hier oben ist Monster Spawn, deswegen. Weiß ich nicht, werde ich gleich sehen, wie ich untergegriffen werde. Hä? Monster Spawner. Ich hab die Kissen gerade leer geräumt, da war Eisen. Das war was. Spin, spin, spin. Oh. War Spawn da? Da sind auch Spinnen drin. Monster? Ja, jetzt seid ihr auf einmal lieb, ne? Da oben drin. Wo ist ein Monster Spawner? Dreck einen Spawner gefunden. Was hab ich denn? Red Sonnert bekommen? Iron? Da hab ich noch gar nicht mehr geräumt. Da hab ich noch gar nicht mehr geräumt. Loric Matrix Programmer. Leute, ich bin blind. Ja, aber Sonne halt. Und Kupfer. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Sachen, mit denen ich mich irgendwann beschäft... Irgend... Sachen, mit denen ich mich später beschäftige. Ich überleg gerade schon, wie ich das Haus hier später umbaue. Aber ich will auf jeden Fall später hier so ne Kuppel drüber bauen. Ja, der ist für, äh... Art 6. Wie heißt der Mod? Das überleg ich gerade eben. Factorization. So, wir machen es einfach mal mit nem Schwert gerade so barm. Ähm... So ist... Rund oder ne eckige Kuppel. Brauchst du Kohle vielleicht? 24 Kohle für... Also das ist gerade ein Byrule Faust. Für die Fackeln. Das war meine Wand, Creeper. Danke. Ich will sie dann haben. Willst du einmal 32 haben? So. So. Sorry, mach mal was Hackeln draus. Warte, wenn ich das jetzt so mach und jetzt muss ich einmal von oben gucken. Stimmt, dum, 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 nach hier oben. Da muss ich gleich... Boah, ich hab wie seht schon Terraform mit nem groß Spezial nachher. und zu hoch ja ich glaube nur ein so gut noch so mit dem spiel müssen sich jetzt schon kommen mein haus fertig sobald ich glas habe ich weiß nicht warum aber ich habe immer mittendrin wieder lex ich habe auch den ersten ich habe jetzt rausgefunden mittlerweile was ich als erstes als ofen bauer um den slack fernos ja dahinter der robert war eine höchste und gegen den pyramiden als sind jedoch die gibt es dran ja wenn du über den berg geht wo der monster nico bringt mir nachher mal sand mit warum nicht so und ich gehe jetzt in die Mine ich wollte gerade ganz schnell einfach mal das Haus aber ist eigentlich jemand was über den Meteoriten der heute da eingeschlangst oder? ich wollte es fahren das war Müll ich habe gedacht wäre jetzt wirklich mal was cooles passiert oder es ist wieder nur so ein langweiliger Schrott Holz ist wichtiger als Sand das sind Müll falsch Müll aus dem Weltall Weltraummüll das Haus Marcel kurze Frage kennst du schon den Ofen der hier im Haus steht? wo Haus welches Haus welches Haus? das hier da steht ein Ofen drin kennst den schon? da steht hier ein Ofen links neben der Tore ach da den habe ich irgendwo schon mal gesehen von welcher Mod ist der? äh ich glaube der ist auch von Factory Segment Slack Furnace der hat eine Wahrscheinlichkeit ähm von ich glaube 20% dass du rein in den Markt bekommst das ist cool stimmt das ist ein Slack das kommt auch bei den bei den Pulverizer ja ich habe schon dafür gesorgt dass du wenn du Eisen schmilzt äh 20%ige Wahrscheinlichkeit hast dass du mehr bekommst Sand nur Eisen das kann rein das kann rein das kann rein das 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 Heldo nur Eisen oder auch Diamantblöcke äh müsste auch Diamantblöcke sein Stirbschwein heißen die Nummer äh was bräuchte denn ja Fort heißen glaube ich ja heißen äh ja ich bin M ja du ich musste deine Hacke leider zurückgeben ich hab ne bessere gefunden hmmm aber die Slack Furnace laufen nicht nur mit äh Wood Coal Dings äh und 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 laufen mit allem aber die brauchen doppelt so viel wie die normalen oh war los und die kannst du mit der Fertz befeuern und oh maaaann wüsstest du ne kannst du nicht verdammt ich weiß das eigentlich noch gar nicht womit ich wirklich anfangen will ich hab auf jeden Fall gesagt ich als erstes erstmal mein Haus bauen werde dann werde ich gucken ja auf jeden Fall dann erstmal so Sachen äh denk ich mal Industrial Craft wenn ich ehrlich bin ich bin mir aber dann noch gar nicht so sicher auf was willst du denn als erstes gehen Industrial Craft oder äh Strom und sowas am Anfang aber das kann ich ja auch über Bullet Craft machen glaube ich ja Summon Expansion ist halt die Frage was für mich später einfach ist weil ich kenn mich mit keine Dinge aus also später ein Ticket hätte ich mir sowieso jemand dazu geholt ich hatte da schon entweder den Halo im Blick oder äh den Nothing but LPS nicht gehen Computer Craft wo der Halo übrigens wo was der geht jetzt nicht äh weil dann kann ich direkt mal über den Halo auch kurz was erzählen der Halo macht nämlich bei einem Vize-Beast äh mit let's play der könnte ja den Leckert hätte ich mich geweigert da könnt ihr auch mal vorbeischauen Hackett hätte ich mich geweigert da starte ich nicht noch mal das leckt zu sehr nicht über die Scherbung ja Hallo bist du so mi 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 hier unten ja aber hier unten achso ja obwohl Nico könnte das glaube ich ich glaub der hat das Passwort wir können den Link in die Beschreibung posten sucht's doch selber aus du hast grad gesagt ihr könnt ja auch den Link in die Beschreibung posten halt stopp äh hey da wo bist du jetzt? warte kurz ich komm gleich wieder hoch sobald ich unten auf 11 angekommen bin ja besonders als Anfänger glaub ich auch oder? ähm also ich glaub Industrial Craft ist für Single Machines auf jeden Fall angenehm am Anfang ja leichter zum Upgraden genau da kommst du schneller äh weiter hoch ja ja als Anfänger also es ist generell egal die Maschinen sind alle nicht so wirklich äh kompliziert oder man muss nicht so viel beachten Buildcraft hat halt lustige bunte Ausgänge und du kannst selber entscheiden wo welche Seite der Waffe zuständig ist mit Clickybunti äh Panel und Industrial Craft ist halt die Einzelmaschinen sind halt halt kräftiger und du kannst sie halt einfacher upgraden als bei Buildcraft Buildcraft eignet sich halt nachher für richtige Komplexe und die coole Dinge zu und dann wusste ich nicht was die Anti-God-Welt ist und dann wusste ich nicht mehr wo ich bin und auf der Mini-Map die Mini-Map wurde mir klar und dann war ich ziemlich verwirrt ja mhm weil hier hinten was ich jetzt weil hier hinten grabe ich grad schon aus weil hier mach ich auf jeden Fall nachher Dings dann das Haus ist doof geworden das hat jetzt auch einen Keller mit Energieproduktion für die Sontieranlage brauche ich da eigentlich auch also so ein Iglo nein das Iglo habe ich wegschmissen weggeschmissen? verdammt ja weggeschmissen das passt ja nicht ins Ambiente Ambiente man hätte jetzt recyceln können uuuh ah hey loo deine Axt mhm jep ja die Sorting Machine braucht braucht einen äh Energy Block mindestens also zwei Blöcke die Energie nicht haben glaubst wie viele Schläge hast du damit ja ein oder zwei 14 jetzt denn kannst du es mir anzeigen lassen okay Moment so ich hab mir grad schon aus den Eisen was ich aus dem Dings gemacht hab hab ich mir grad schon eine Pickaxe und zwei Schaufeln gemacht ähm F5 ne F3 und H ist das dann kannst du dir die Durability von Items anzeigen lassen ist Standard Minecraft aber weißt du das n n n n n